WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ja man, echt kleine Momente ohne Pokémon GO, man, tot, alles echt tot. Stimmt, ich war echt tot, da wollte ich alles hin schmeißen. Aber jetzt bin ich wieder happy, es läuft, jetzt gehen wir Richtung Finanzgarten und ich hoffe, dass da, oder soll ich noch Slagmon holen, oder? Naja, kommt fest. Keine Ahnung, was los ist, aber irgendwie da hinten ist totes Gebiet für alle O2-Spieler. War echt sonst nie so, keine Ahnung. Vor allem ist das der saftige Spot, wo immer ernst viele Pokémon kommen, Tati leidet. Echt komisch. Aber wir gehen jetzt wieder ein bisschen weiter von dem Spot weg, schauen wir mal, ob die Verbindung wieder zurückkommt. Echt komisch heute. Der wichtige ist da der Ding. Was? Mach holo. Mach holo echt wichtiger. Den sehen wir dann schon. Von hier aus sehen wir den dann immer. Wenn der angezeigt wird. Weil ich will mal 100% mach holo echt entwickeln. Und dann hoffe ich, dass ich da die perfekten Attacken bekomme. Dann wird der gepusht, ja. Dann... Wenn ich wieder eine Million hab, wird der wieder gepusht, Alter. Dauert nur ein bisschen. Das ist auf der Seite geht's. Tati hat keine Probleme anscheinend. Da hinten ist echt komisch. Nur da hinten. Ein paar Rihons gefangen. Es ist wieder eins angezeigt oder so. Rihon hat Dodo ersetzt. Dodo hat der Ammonitis ersetzt. Wir gehen mal eine Runde rein da in den Laden. So, wir sind gerade in die andere Ecke vom Hofgarten gegangen. Da ging's schon wieder nicht bei Tati. Heute ist sie echt nur am leiden. Echt komisch. Das hatte ich noch nie, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Das hat nichts mit dem Anbieter zu tun. Das ist dann wahrscheinlich irgendwie, dass da gerade der Empfang hier so schlecht ist oder irgendwas. Irgendwas wird dir gestört, Mann. Das ist echt krass. Aber bei mir läuft alles. Keine Ahnung. Oh. Da ist das Rihon. Fehler. Fehler? Wie Fehler? Bei mir muss es erstmal aufhören zu laden, Mann. Ich meinte das Ding gleich gegen... Fehler. Die Rolle wird da angezeigt. Also auf zum Finanzgarten. Das kann ich euch gleich sagen, nachdem ich's gefangen hab... Oh mein Gott, die kleine Endz, Alter. Wartet. Ich geh jetzt nach Hause, Mann. Was will ich hier? Mir ist tot. Was ist morgen? Morgen ist Freitag. 3 Uhr wird's morgen besser. Das war noch nie hier so. Noch nie. Ich check's nicht, Alter. Ich check's einfach nicht. Oh, Armonitas. Noch ein Gestein. Supersaftig für mich. Du hast es. Ja. Du bist hier auf dem Weg, oder? Ja. Ja. Oh mein Gott. Ich will auch hoffen, dass du kommst, Alter. Pikachu wird auch angezeigt, also... Das könnte echt ein Pikachu-Spot hier sein. Muss auch auf meine... Kameraden hier warten, bis sie das Mahalo gefangen haben. Ich hab's gefangen, aber der liegt wieder so schwul, Alter. Oh mein Gott. Genau. Beim Eingang? Ich mein den Eingang hier. Meinst du den Eingang da vorne? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich dachte auch, ich bin hier. Ja. Ja. Hier war ganzes Mahalo, das Weite. Was ich nicht mehr eingesagt hab, Alter. Das ist gleich verschicken. Tschüss. Hier ist ein Mauzi, kein Patrick. Hast du das kurz schon? Ne, ich schau mal da oben. Okay. Oh mein Gott. Da war es vorher. Ja. Genau hier, wo wir standen. Supersaftig. Kaciu gerade gefangen. Anscheinend hier irgendwo auch Mahalo, aber... Ich hab's noch nicht entdeckt. Mahalo. Endlich auch bei mir. Das ist echt komisch. Ich hab echt das Gefühl, dass hier... Alter, wo bist du jetzt mit Kaciu? Abonniert, das ist auch doch da. Kaciu, wo bist du? Uh. Alle Mahalo sind gefangen. Das ist Pikachu. Weiter links. Beim Englischen Garten gibt's jetzt Mankeys. Da schauen wir jetzt vorbei. Ist nur ein kleiner Sprung. Es geht ab. Direkt beim Eingang zum Englischen Garten. Shiggy, Evoli, Menki. 33 Menki, aber er kriegt trotzdem Berge und Hyperball. Du hast über 200 Bälle, Mann. Ja, du brauchst du nochmals... Und Tati Leitz. Ich sag dazu echt nix, Alter. Ich sag dazu echt nix, Alter. Heute ist nicht mein Tag, Mann. Hast du das, Shiggy? Hast du das, Shiggy? Was ist jetzt wieder dafür zu lang? Der lädt viel zu lang, Mann. Der läuft nicht rund, Alter. Irgendwas stimmt nicht. Ganz und gar nicht. Shiggy angeklickt, aber... Der lädt jetzt. Nein, der lädt... Der läuft nicht rund, das Ding. Ich werde, glaube ich, jetzt einfach mal... Ich muss heute leider aufgeben. Ich muss leider, leider diese... Diese Tour beenden. Ja, Fehler. Fehler. Tot. 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 Der lädt immer wieder. Ne, hat keinen Sinn. Heute hat das keinen Sinn. Keine Ahnung, ob das am Handy liegt, am Auto liegt, am... Hier an der Lage liegt. Ich habe echt keinen Plan. Hat die noch nie bis jetzt. Wir werden sehen. Ich werde es die nächsten Tage jetzt nochmal checken. Es ist eh jetzt nur Hofgarten angesagt. Hofgarten, Englischer Garten. Und dann... Ja, werden wir mal sehen, was da für jetzt hier ist. Schauen wir mal, was da noch abgeht. Bleibt's dran. Oh mein Gott, wie viele Hyperbälle er hat da. Ich weiß nicht, wie viele Hyperbälle ich habe. Ich habe leider nur noch 57, Mann. Ich weiß nicht, was passiert. Es würde funktionieren, leider. Oh mein Gott, richtiges Nest hier, Alter. Hofgarten echt super saftig zur Zeit, Mann. Viel krass als Bus auf Platz, Mann. Du brauchst nicht mal Ding eigentlich. Du brauchst nicht mal hier, Lockmodule oder irgendwas. Einfach krasse Nester, Mann. So ist es. Bordeauxplatz. Zur Zeit nach dem Netzwechsel echt Nummer eins. Schauen wir mal, wir werden die nächsten paar Tage definitiv noch hier sein. Gesteinsmedaille, Kampfmedaille. Ein paar Pikachu sind auch hier. Dratinis, Dragoneers kommen auch ab und zu. Kann man sich echt nicht beklagen. Lamos ist auf dem Ding, auf der Nearbylist. Ja Mann, Lamos auch irgendwo. Ab und zu kamen ja auch Garados hier. Ich habe gerade zwei Gihons gefangen. Es ist immer noch eins auf Zeitlings. Es ist viel zu krass. Kommt zu Hofgarten. Ich kann es euch empfehlen. Das war es von uns wieder. Und vom Hofgarten. Direkt heute neue Nester. Es gibt, um ehrlich zu sein, bisher nicht so interessante Nester. Abgesehen von dem hier jetzt. Da gibt es Rihon für Gesteinsmedaille, Macholos für Kampf und Manki. Und möglicherweise auch Pikachu. Und dann halt wie immer Dratini, Dragoneer. Ich habe hier ein Rihon für euch Vizagos. Die spawnen relativ häufig dort. Mal schauen, wo wir als nächstes hingehen werden. Ich weiß noch nicht. Wie immer könnt ihr unten in die Kommentare schreiben, wo wir hingehen sollen. Wie immer, checkt unsere anderen Videos ab. Checkt unsere Facebook-Seite ab. Slycerous, 1831, nicht schlecht. Aber schlechte Attacken. Vergesst nicht. Pokemon is serious business.